Und willkommen zur nächsten Folge. Mikrofon activated. Hm, was dann? Ein Charakter zu wechseln? Ich weiß es nicht. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Echt? Wir wollen ja weitermachen. Nein, du musst nicht kurz ICQ ja. Nee, nee, nee. War össerst wichtig. Ah, ich denke mal, jetzt sind wir alle drei Soja. Soja verließ sich auf ihren Bogen und ihren Enterhaken, um sich Ärger vom Leib zu halten. Auch waren sie auf ihre Art durchaus mutig. Doch diese war eigennütziger und weniger ehrbar. Haben sie so gemacht, damit jeder das mal einmal durchprobiert. Ja. Soja war schon eine Diebin, lang bevor sie zu einer Heldin wieder Willen wurde. Guck mal, du hast drei Arme. Ich bin echt cool, aber... Ich bin weiß. Ich bin braun. Ferne Länder und deren alte, vergessene Ruinen und Schätze. Ja, ich muss ich aber... Oh, so in Schwarz sieht die auch geil aus. Ja, guter Aussehen. Braun ist. Ach, man kann schießen, laufen und schießen. Cool. Ja. Aber ich habe gar keinen Enterhaken. Ich denke mal, den kriegt man noch. Das kann sein. Oder für dennoch sind sie rausgenommen, weil er OP war. Nein. Wäre zumindest klug gewesen, dann. Die ist schon cool. Der kann ziemlich hoch springen. Ja, der kann höher springen. Wer ist die Weiße? Ich. Ah, okay. Oh, nichts lassen Sie mich abschließen. Doch, wir schießen sicher. Kannst du da oben jetzt machen? Was muss man machen? Aus einer Steuerungserklärung haben wir nicht bekommen. Nee. Weil nur WRC bis jetzt gilt. Das Schießen haben wir gezeigt bekommen. Ja. So, machen wir das. Ach, okay. Oh, die ist voll so Assassin's Creed-mäßig. Ja, wir müssen auch erstmal hier reinkommen. Vor allem in Weiß. Ja, ich finde die geilen in Weiß. So. Sieht erst recht aus wie Assassin's Creed. Da haben wir ja meine Beute. Mach dir ihre Stimme, ist einfach cool. Boah, kann ich kaputt machen. Nein. Vorsicht. Ach, was? Da haben wir das einfach. Ach, da oben hinschießen. Ja. Eigentlich mag ich Tiere ja. Aber bei diesem Papagei mache ich vielleicht eine Ausnahme. Ja, der Papagei sieht nämlich böse aus. Schlange. Wie du schwingst hier. Ja, nicht. Na, vielleicht bist du draufgeschießen. Okay. Die sind überall so. Ah. Ach, jetzt geht das noch. Wir haben jetzt den Haken. Ja, die haben's. Wie schweilt man den? Ähm, links und rechts. Ja, da kann ich schwingen. Aber ich kann mich auch einziehen und aufziehen. Ähm, ich hab's vorhin irgendwie... Ah, Mausrad. Echt? Mausrad geht so runter runter. Ah, stimmt. Cool. Ja. Ja, sie haben sie ein bisschen ent-OP'd. Find ich gut. Ja, hier wird's auch angezeigt. Natürlich nachdem du es gebraucht hast, ne? Ja. Ja. Wenn ich nochmal zurück muss. Hoch. Ähm, hoch bitte. Hoch. Danke. Und hopp. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Das ist lustig. Ich bin auch nicht hoch. Schade. Ach, ich bin auch nicht. Ich bin Tatsa. Los, muss da hoch. Da hoch? Ja, da rauf. Uff. So, knapp. Ich hab ihn. Juhu. Und wo ist die Tote? Äh. Tote? Ach da. Ich dachte, du warst tot. Was? Nee. Hä? Muss man das jetzt einschwingen? Schwingen? Ja, hier ist noch irgendwas. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man sich da reinschwingen muss, irgendwie. Einschalt nicht. Ach, warte mal. Vielleicht muss man... Oh, gerade mit dem springen, ist noch nicht klar. Danke, dass du mein... In Klappelfie. Echt? Kann ich das? Glaube ich. Warte mal. Häng mal an. Ja. Ja, kannst du. Okay. Ah, warte. Ich glaube... So, kommt man da hoch. Ah. Ja, und dann hätte man da rüber gekonnt. Ja, dann kann man da rüber. Oh, okay. Also sollte man das gar nicht. Deswegen hab ich das so knapp geschafft. Aber hier, da müssen wir das noch irgendwie öffnen. Äh, vielleicht kann man da nur mit dem Dicken durch. Muss die Level ja nochmal machen. Ich glaube, bei dem anderen hatten wir auch alles mit einem. Ich glaube, wir haben nicht alle Steine gekriegt. Doch, bei Pontius haben wir alle. Das war ja dieser... Die Errungenschaft. Warum bist du dann schon so weit, Mally? Wir sind noch hier vorne. Ah. Nicht vorrennen. Auf. Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. Da kam vielleicht irgendwie Feuerpfeilung oder was? Stimmt, das konnte ich doch auch. Eigentlich. Aber erst später. Nee. Nee. Hm. Also ich wüsste. Ich denke, Mama, du kannst echt erst mit dem anderen. Schade, kann man nicht ziehen. Ach, meinst du festziehen? Hau ruck. Hm. Ach, du bist doch erst weg. Wir werden aber das erste Mal anrufen. Na, durchschießen auch nicht. Na, dann gehen wir weiter. Ninja. Ich habe auch mal sowas übersehen. Echt. Ja, nein, an den bin ich nicht rangekommen. Kannst du an den Wänden sich abstoßen. Ja. Hallo? Weißling? Hm. Ein bisschen Leggy. Kann ich hier nicht rein sitzen? No, ich nehme ein Bad. Oh, mit SCRG kann man sich ja ducken. Blatt. Ich habe hier oben erst die AG gedrückt. Dann hängt sie sich da ran. Ja, du hältst dich da auch irgendwie so an Sachen fest. Das habe ich auch gemerkt. Beim Brunnen gerade. Aber ich habe mich am Brunnen gehangen. Nein. Ich gehe den automatisch runter und hält sich fest. Also halt, um so von Kanten zurückzukommen, denke ich. Cool. Wir finden die alles raus. Brauchen könnte schon wieder. Das ist auch ein Haken. Ja, ich wollte es. Haken ist doch langweilig. Genau. Haken ist doch schon auf. Hm. Warum sind hier zwei? Merk. Sollte man beide rauflegen, aber wir haben uns raufgestellt. Mikrofon ist mutig. Mikrofon aktiviert. Nein. Guck mal, wer da tot ist. Niemand. Du weißt es. Ich sehe deinen Symbol durchsichtig. Ist doch bewiesen. Ja. Aber ich weiß aber auch, wo er ist. Ich lebe schon. Ah gut. Gut. Dann muss ich nicht mehr runter. Ah, die ist schon cool. Hä? Ups. Was soll ich das bringen? Immer deine. Ach. Warte mal, man kann. Ja. Kann die doch da irgendwie. Ach, Mist. So. Zum Beispiel. Ähm, man muss es nur einzielen noch. Ja. Eigentlich. Ah. Jetzt reicht's aber. Das ist ein bisschen zu kurz, was du da machst. Warum? So reicht doch. Ich frag mich, wofür das hier da ist. Auch so festmachen. Also, ist schon interessant gemacht mit dem Seil jetzt. Also, sie haben's. Ja. Haben das OP von dem anderen entfernt. Und haben sie es halt ein bisschen. Anders OP. Anders. Ja. Von einem OP ins andere. Okay. Also, Manni muss dann immer Aushau halten nach so Kringelchen. Ja. Ja. Ich als Leif, ich muss einfach alles kaputt machen. Na gut. Was? Hm. Ist ja gar nichts. Oh, meine Kamera geht nicht da rein. Ja, langlaufen. Um den... So, du läufst hier lang. Läufst hier rum. Ja. Dann kannst du... Und? Kannst du da wieder festmachen? Verstanden? Ja. Gut. Sie ist immer Manni. Na, endlich. Die Quälerin. Was war das? Wie sieht die hübscher aus als bei 2? Aha. Na, boah, geht. Fall zurück. Mikrofon muted. Das war's doch schon bis Teil 2. Vielen Dank für's Zuschauen. Zusehen. Entschuldigt. Bleibt ja nicht in der Gammus. Euer Paragon. Tschüss. Na Gott, ihr seid lieblich alle Magier. Du bist wie bei mir. Ich bin glaube, ich bin ein guter Schmer. Aber ich bin ein guter. Ich bin ein guter.